Das Spiel kostet einen einfach so viel Kraft Ja, nerven Ja, das auf jeden Fall Diese Wachbleibung ist kampfhaft Ja, und jetzt wieder konzentrieren aufs Spiel Ja, aber du bist mal so voll matt Ich war auch schon im Chill-Mode Du wachst gerade so auf Und dann kommt der Geist Okay, ich glaube, wir haben auch den Geist, ja Gut, immerhin haben wir McMillen anwesend mit der Mine, glaube ich, oder? Nee, oder? Doch, mit der Mine, glaube ich Ich bin, glaube ich, schon gehört Ach, du gieriger, ich hätte gar nicht zum Haken gehen müssen Er kommt hierher Boah, das Knacken hört man aber auch schon heute Er kommt Ja, mein Perk sagt mir, dass er kommt Ja, er ist wieder auf dem Berg Verpisst dich doch mit ihm Ja, was heißt verpisst? Ich muss mich petten Du rennst genauer mit dabei, Alter Was soll ich machen? Du, du Pingo Er ist mit Papa, glaube ich, oder? Er haut irgendwie, ist auf der Reitmüde, auf dem Berg Na, gerne machen Sie misset, Alter Ja, jetzt hat er den random Alter, Maul, er hat mich, du Hund Ah, lol Ich dachte, der random steht ganz hinten Oh, verpisst dich hier Oh, da hat er den genacht, ey Und da ist ein Haken Hast du ihn denn nicht abmontiert, den? Nee, ich war dabei, aber du stehst doch direkt daneben Kannst doch gleich wieder runterholen, oder? Ah, ich hoffe Ich mach einfach gleich Krach, der kommt eh gleich zu mir Der Cam Echt jetzt? Er kommt direkt auf den Cam Nee, er ist ihn noch drin Oh, er weiß es Er weiß es Oh, er ist weiß Er geht schon, alle Ja, sehr gut Der ist schlecht, der trifft mich ja nicht Er geht nicht auf mich Ja, ich bin weg Ja, Alter, wir aber genau wieso du bist, Penny, ne? Äh Er hat mich aber gesehen Gut, der hockte Er kommt zu uns Er kommt ja, ja Nein, er kämpft nicht Ernsthaft? Ja Wichser Ist er direkt V dir? Ja, ja Er geht nicht weg Ja, ja Wow, Alter Ja, was soll ich da machen? Hier ist noch ein Generator Weißt du, vor allen Dingen, er macht nicht mal genug Punkte wenn er kämpft Ich hab selbst Geist gespielt, man Ich muss als Geist viele Leute verfolgen Die hast du verloren Ich hab mal alle vier am Anfang, ne? Mit dem Geist abgelasht, ne? Und ich hab Downrank gekriegt Ob ich die nicht genug gejagt hab Obwohl ich alle gekillt hab 414 414 Kamp-Punkte Guckst du hinter dir? Mhm Mhm Er ist halt übel zu wollen, ne? Was hat er denn? Nix Der hat Bluthund, niemand ändert den Tod Nicht dein Ernst Das ist der stärkste Perk für den Killer, ne? Das ist der stärkste Perk für den Killer, ne? Richtige Stück Scheiße Aber no one escaped, der fällt auch nicht ewig Der fällt übel zu Missile Ja Genau, Junge Ich glaub sie kann noch mehr schliessen Ja 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 Ich hab ichs Jan Ja Klar Ich hab ich's ja nicht Oh Ja O A Ich könnte es gar bis schatten Ich bin weggekommen Ja, läuft hinterher, ich sehe ihn Ich mache gerade einen Generator Äh, hier vor der Mine? Ja, wo ihr eben wart Ähm, siehst du die Palette, die links von der Mine steht? Ne, ich bin gerade in so einem Gemäuer drin Ach, so ein Gemäuer, ein bisschen anderer Ich habe ihn gesehen Ich bin einfach nur ein Gemäuer drin Wieso zum Teutel kann er die Paletten unsichtbar zerstören, das geht eigentlich nicht. Oder? Oh ja, das ist fett. Der haut mich unsichtbar. Der hat mich unsichtbar geschlagen. Das geht nicht, oder? Ey, Kenny? Weiß ich nicht mehr. Der hat mich unsichtbar geschlagen und unsichtbar die Palette kaputt gemacht. Ist das dein scheiß Ernst? Gucken wir auf jeden Fall seine Perks an. Ich bin zu mir gekrochen. Ich weiß nicht welcher du bist von dem. Hinter dir, hinter dir bin ich. Voll weit weg oder nah dran? Na geht. Wer Miene. Ist tot. Ja, aber da ist er. Ich krieg ja weg von mir. Ja genau. Lauf mal ein bisschen weiter rechts. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Scheiße. Sag nicht durch den Scheißabdecken der Geist unsichtbar zugeschlagen, oder? Eigentlich nicht. Ein paar Punkte brauchst du noch, Bitch. Die Wiesen. Aus dem Torhaus. Das schaffe ich nie im Leben. Der Bluthund. Der sieht mich kilometerweit durch. Wenn er mich nicht erwischt. Wenn er mich nicht erwischt, dann glaube ich, ist der echt die im Lecherdor. Der wird mich auf jeden Fall kriegen. Versuchst du das Auto an. Was für alle sehen hast. Was mit dem anderen? Er kommt halt schon in meine Richtung. Wöhr. Oder, die Knie. Ja, der Bartdück da vorne, der ist ja beim Eingang. Dessert läuft einfach rechts von mir. Weg weiter. Oh nein, der hört sich. Weg weiter, weg weiter. Hab bloß nicht so'n Umweg Ich einfach weiter Gehe keine Wahl, der andere kommt aber Wenn er das schafft, ey Okay, komm komm lass mich los, lass mich doch los Boah, im Eingang nochmal heilen Ja, aber, lass hin, außerdem hat er nöt, wenn er erscheint Ja, warte kurz, jetzt halt euch da Er hat aber nöt, Junge, er hat mir unsichtbar gestorben Jaa Ja, was, ja Du siehst ihn ja, wenn er reinkommt Jetzt kommt er, jetzt hau ab Das ist ja ein Witz Alles klar, ich will sofort seine Percs sehen Das kannst du mir nicht erzählen Niemann den drin im Tod Hattenresistent Warte, 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 ja Äh, nimm mal drauf Ah, das geht nicht Das geht nicht Das geht nicht aus, nur Blut Hm Lol, der hat gecheatet Und so Ja, der hat die Noch, der verlassen Deine Und so geht es an